Die Nullfehlerproduktion Herr Berger, wieso haben Sie denn ein SPI-System bei sich installiert? Bedingt durch den hohen Fehleranteil im Bereich des Pastendruckprozesses haben wir uns nach einem leistungsfähigen Inspektionssystem für den Pastendruck umgeschaut. Dabei ist ihm auf den Hersteller Coyang gestoßen. Sie haben sich für ein SPI-Inspektionssystem von Coyang entschieden. Was waren da genau Ihre Entscheidungskriterien? Hohe Inspektionsgeschwindigkeit mit geringem Prüfschlupf sowie einen guten Support haben Sie uns letztendlich bewogen Coyang ins Hause zu holen. Seitdem das System jetzt im Einsatz ist, wo sehen Sie denn die Verbesserung? Im Bereich der Brückenbildung haben wir den Fehleranteil um 70% reduzieren können. Dementsprechend fällt auch die Nacharbeit geringer aus. Herr Niebling, was war denn der Part von Smart Rep als Vertriebspartner von Coyang? Zum einen natürlich die kaufmännische und technische Begleitung des Benchmarks, der zur Auswahl des Systems geführt hat. Danach natürlich im Anschluss dann die eigentliche Installation, entsprechende Schuldungsmaßnahmen hier für die Mitarbeiter. Vielleicht nochmal in zwei Sätzen zusammengefasst, was bringt mir ein SPI-Inspektionssystem von Coyang? Dadurch, dass wir von einem 3D-Messsystem reden, können wir gewährleisten, dass wir ohne Pseudofehler und ohne Schlupf die Qualität in der Elektronikfertigung deutlich steigern und damit natürlich in Richtung Nullfehlerproduktion gehen. Heißt also mit SPI-Inspektionssystem wird Nullfehlerproduktion fast möglich? Mit einem Coyang auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.